ARD Text im Auftrag von Funk Muss ich jetzt mit Frieda's Bike fahren So, wir sind jetzt mit dem Frieda hier im Lift Mal hoffen, dass ich damit gut klarkomme und dann wollen wir So, wir sind jetzt mit dem Frieda Auf Wiedersehen. Kommt du das lasst du raus, spielen kann man zündet. Heute ist der Garten. Ready? Tja, ich bin nach vorne komplett geflattet. Habt ihr Bock auf Paraleine? Wir sind tschechisch. Ach, ihr seid die gleichen? Nö. Jo, habt ihr eine Pumpe? Ja. Darf ich einmal kurz? Ja, top. Geil, 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 danke. Ja, ich hau ordentlich was rein. Hä? Dafür da mehr drauf tauschen. Ja, ist nicht mal meins, ne? Ach so. Ist von einem Kumpel. Deswegen pumpe ich auch rauf. Ich will sein Hinterrad nicht zerstören. Solal, nur Ehrenmänner, ihr? Sehr, sehr nett. Ich hab nachgepumpt. Die hat eine Pumpe dabei. Eine Pumpe? Ja, Ehrenmänner. Ach so. Jetzt können wir es da hinten, Digga. Hast du gepackt? Wahrscheinlich packe ich mich auf ein Stück, wo man geradeaus fahren muss. Und jetzt sind wir bei 99 Drumline. Geht weiter. Da kommen die Jungs. Alter. Habt ihr Bock auf Laps oder wat? Okay, let's go. Eww. Alter, fährt sich das bald gut. Guter Lifehack, wenn ihr Biken geht. Habt immer Powerriegel dabei. Die könnt ihr euch einfach auf den Brustpanzer kleben. Da, geht weiter. Alter. Alter, fährt sich das bald weg. Ah! Oh, oh. No, oh. Oh! Oh! Oh, oh! Oh. Oh! Oh! Oh. Oh! 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Let's go Oh, damn! 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 Oh, damn!